Servus, ich bin der Stefan und herzlich willkommen in Küblers Bierstüberl. Geh mal rein. Na, schaut's her. Die Familie meiner Mutter steht schon seit über 50 Jahren und die Familie von meinem Vater seit über 80 Jahren am Menschenoktoberfest. Und seit 16 Jahren sind wir mit unserem Bierstüberl hier vertreten. Wir wollen Glück, ja, das ist eine Asie. Wir wollen Glück, ja, das ist eine Asie. Bei uns trifft man auf internationales, gut gelauntes Publikum, das einem kleinen Flirt nicht abgeneigt ist. Wir sind der einzige Ausschankbetrieb auf der Wiesn, der sein Bier noch traditionell im Weißbierglas und aus dem Turbohahn ausschinkt. So wie er sich's kehrt. So wie er sich would, das ist ein interceptor, der sein Bier noch nicht abgeneigt ist. So wie er sich 100ع wood ist. Vielen Dank.